Ich habe gemeint, Alkoholiker seien Penner und Fäule treiben, dass es mich einmal erwischt hätte, mir gedacht. Damit ich dazugehöre, habe ich es am Anfang mit Softdrinks gemischt, damit ich es überhaupt abgebracht habe. Erst als wir den Chef mit der Kündigung gedroht haben, habe ich gemerkt, dass ich unbedingt etwas unternehmen muss. Zuerst habe ich eine neue Gesellschaft gedroht, aber dann auch alleine und immer mehr. Die Schweiz redet über Alkohol. Wir auch. 1 4